Heute findet man wieder raus, wer am längsten überlebt und dabei dürfen wir jetzt nur die neuen Halloween Sachen benutzen. Das bedeutet einmal Pumpkin Rocket Launcher, die Kettensäge, den Broomstick, der noch drin ist und natürlich auch diese Ernährungswielen, dieses Dreirad. Wir werden jetzt nicht gegen Kato und Magikin und geben jetzt unser Bestes. Oh mein Gott, wir haben es schon lange nicht mehr gemacht, ich muss jetzt Gas geben. Ich muss Gas geben, die Zeit ist auch am Start und falls ich wundert, warum ich das hier locker habe, ähm, ja, ich habe hier keinen Ton drauf, irgendwie ist das kaputt gegangen leider. Deswegen spielen wir jetzt so, ich hoffe das passt trotzdem. So Freunde, länger Überleben Challenge bei John Z. Only Halloween Items Edition. Okay, das ist jetzt, ja, das wird ein Ding, das wird ein richtiges Ding, weil das gar nicht so einfach ist. Boah, das Beste, glaube ich, ist jetzt wirklich der Pumpkin Launcher und die Kettensäge, die brauche ich, die beiden. Okay Freunde, ich bin am überlegen, wo ich am besten hier jetzt diese neuen Items will bekomme, aber ich glaube, ich gehe sogar Freaky Feels runter, weil irgendwie fühlt sich das am besten an, um da Items zu bekommen. Ich weiß nicht, also man kann ihn überall finden, aber ich glaube, ich gehe immer dort jetzt hin. Meine Idee ist es, ich lande natürlich bei mir in meiner Hood und da gibt es einen Bot, der verkauft einen Besen. Und wenn ich einer von wenigen bin, der schon mal einen Besen hat, da bin ich auf jeden Fall schon mal gut unterwegs, glaube ich. Oh, da kommt einer mit, Moinsen, na, das findet man hier da hinten. Nein, hier pusht mir jemand. Hier pusht jemand, ich habe keinen Loot. Oh, okay, das ist eine blaue Auge, okay, das ist respektlos. Schreibt mir in die Kommentare, Freunde, wie ihr Halloween findet. Würde mich mal sehr interessieren. Ich weiß, viele lieben Halloween, manche mögen das gar nicht. Hat der Loot? Ich glaube, er hat Loot. Ich glaube, er hat irgendwas, oder? Ihr merkt von mir. Oh, er droppt mir stuff. Er ist nett, bitte ramme mir keinen Dolich hinten rein, bitte nicht. Okay, ich glaube, wir müssen es einfach nur schaffen. Oh, Nährungsminen, let's go. Wir müssen es einfach nur schaffen gegen Kato. Ich will einfach nur das Beste als Kato. Kato, der Mann ist immer so krass verschwitzt in den Aufnahmen. Da muss ich jetzt mal gegen ihn gewinnen. Ich finde Halloween den Vibe irgendwie schon cool, die Idee dahinter. Süßigkeiten sammeln als Kind war auch immer geil. Das bringt mir alles gar nichts hier. Billy, okay, okay, wir haben einen Ei jetzt schon, mit dem wir ein bisschen Damage machen können. Ich habe es noch nie benutzt, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so krass. So, ich nehme mal kurz die Pump mit. Einfach nur aus Sicherheit, falls sich jemand doch denkt, ich halte mich nicht an die Regeln. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich so gerne verkleidet. Trotzdem besser als gar nichts. Ich verkleide mich ja schon jeden Tag als Clown. Okay, nochmal an alle Leute, ihr dürft Impulse jetzt mitnehmen. Impulse sind doch erlaubt. Okay? Ich glaube, sonst hat man einfach zu wenig Mobility. Nein. Ist nicht gespawnt, der Automat. Ich hoffe, der hinten ist gespawnt. Okay, wir laufen mal so ein bisschen Richtung Mitte hier. Ich weiß nicht so recht, wie ich jetzt hier an den Loop kommen soll. Ich muss einmal ein bisschen Glück haben. Ich habe jetzt schon, weil, weil, die Regelung ist, ich mache die Regel, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, ich habe jetzt hier vier Impulse, die ich schon gerne mitnehmen soll, sage ich, ehrlich. Wir haben jetzt auch hier die ganzen Tretminen. Das ist mein Plan, ist es jetzt. Dann bitte kurz einen kleinen Einblick, kriege ich in meinen Kopf rein. Plan ist, am Ende aus Skywies zu gehen und diese ganzen Tretminen einfach runterzuhieten, wie so ein Psychopath. Unten rein, da richtig schön viel Kills mitnehmen. Das müsste, glaube ich, geil werden. Ist er gespawnt? Auch nicht. Wir haben ein saftiges Problem, Freunde, der Nacht. Wir haben ein richtig saftiges Problem. Oh mein Gott. Nein. Oh! Ja! Du Ehremann! Er bringt mir einfach eine Kettensäge. Ja, ich liebe ihn. Wer bist du? Bester Mann EU-West. Normalerweise ist er immer gegrieft worden. Er ist einfach, er kommt vorbei. Ich denke mir so, ach, nö. Oh. Digga, du wirst diese Dinge auf mich, oder was? Mr. X. Ich wirfte jetzt hier diese Annäherungsminen auf mich. Okay, reicht, reicht, reicht. Kein Geld für den vollen Tank. Narbe Mann. Ich hoffe, der B-S ist noch da. Ich weiß nicht, wie oft man den kaufen kann. Aber ich hoffe, man kann ihn noch kaufen. Oh, warte, er ist mir sogar noch anlootet. Gönn? Gerade. Ah, ich bin überfahren. Bleib hier. Bleib hier, Junge. Komm doch, spiel mit mir. Kann das sein, dass Automaten rausgenommen wurden? Ich habe jetzt fünf Automatenspawner abgefahren. Aber ich habe keinen einzigen gefunden. Oh mein Gott, ne goldene Scar ist das frech. Wow. Ich habe es noch nie in die Luft gehen sehen. Schau mal, folg ihn. Verfolg ihn, Junge. Gib Gas. Strampel. 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 Zieh, Junge. Zieh. Zieh. Zieh doch. Gib Gas, Junge. Hol ihn ein, Junge. Hol ihn ein. Der wird nur im Kreis. Er hat aufgegeben. Das ist ein Automat. Lol. Ich bin einfach nur ein bisschen blöd, glaube ich. Hol ihn dir, Junge. Geh da drauf, Junge. Mach mich stolz. Nee, nee, nee. Warte mal, dich meine ich nicht. Oder meine ich dich hier? Doch. Okay. Der Besen. Wir haben einen Besen, meine Freunde. Gib mir deine Karre. Er klaut mein Auto. Oh mein Gott. Mein Auto wurde geklaut. Digga, der Kleine ist ja komplett useless. Keine Kettensäcke für mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Wart mal ganz kurz. Hä? Einfach verpackt oder so. Ich habe einfach Damage bekommen, wo ich gar kein Damage bekommen dürfte. Okay. Stell dir vor, irgendjemand hat mir den schon geklaut, den Besen. Ich glaube, den gibt es nur einmal. Wir machen einen Trick, Buck. Wir machen einen Trick. Wir machen einen Trick. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Richtig laut rein. Nein. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Ja. Aber der bringt mir gar nichts. Der bringt mir nur diese Dinger. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir sind weg hier. Wir müssen ganz kurz. Hä? Was ist jetzt passiert? Okay. Nein. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Fahr, 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 fahr. Junge, geil. Ja. Ich habe einen Teammate. Ich bleib erstmal hier drin. So. Ich glaube, ich schaffe es, die Insel einzunehmen. Oder ist meine Aura zu niedrig dafür? Ich glaube, meine Aura ist zu niedrig dafür. Oh, nochmal. Metal Walls. Geil. Wir haben 15 Metal Walls. Geiles Teil. Oh, hier ist wer gestorben. Oh, eine Motorsäge. Ich glaube, die Billis bringen eh nicht viel. Okay, wir sind lucky. Wir haben eine Motorsäge gefunden. So. Jetzt kann ich hochgreifen. Okay, ich muss jetzt das kaputt machen. Okay. Das ist meine Box. Fahr, Johnsy. Fahr. Flieg und Sieg. Flieg und Sieg. Oh Gott, da vorne knallt. Word hat jemanden geholt. Das ist Word vor mir. Ich ziehe ihn dann ab. Oh nein. Es ist Michael Myers. Ah. Mein Loot. Okay, wir nehmen die Dinger wieder mit. Nein. Es gibt keine Kettensäge hier. Aber ein Fizz. Und nochmal Metal Walls. Er ist ja verrückt. Okay, okay, okay. Wollen wir auf den Typen mit dem Medaillon draufgehen? Ja. Ja. Shing, 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 Shing. Ja. Mika. Ist der Typ komplett verrückt? Oder wer ist das? Michael Myers. Den beiden geht es ja gar nicht gut. Und mein Pulsnates. Oh, nur zwei Stück. Warte. Ich werfe die einfach weg, damit die anderen die nicht kriegen. So, wir gehen mal hoch zur Insel, Freunde. Mal gucken, was da für eine Party abgeht. Was Plashes. Wie geil. Ich habe echt guten Loot. Ich muss eigentlich das nur noch ins Late gehen dran. Ich glaube, wir gehen wirklich auf die Skype. Weil da kann ich nicht mehr runtergespielt werden. Außer, jemand hat den Pumpkin Launcher. Aber dafür habe ich dann die Charges hier. Die mich hier saven. Mach Meter, Junge. Meine Insel. Meine Insel. Alle runter von der Insel. Das ist meine. Ich komme. Ah, da geht rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Oh, oh, oh. 40 AP. Oh mein Gott. Ich war jetzt erstmal hier in dem Gewässer. Weil ich glaube, da kam hier erstmal niemand was. Oh mein Gott. Mal gucken, ob ich am Ende auch mehr killte, aber als Magic und Kato. Das ist schon das Ziel. Ich will schon mehr killte haben als Magic und Kato. Oh, das ist Doktor Doom. Oh. Wie close. Wie close. Rasiert. Der Affe. Der Affe. Komplett weggemacht. Ja. Oder was geht da unten ab? Oh mein Gott. Billy. Jetzt habe ich glaube ich den perfekten Loot. Alter Schwede. Du hast mich erwischt. Sorry Dean. Sch***. Spaß. Ich habe einen Besen. Ich habe einen Besen, Freunde. Wir müssen weg. Wir haben 1000 Gold. Wir müssen irgendwo zur Kakteen. Was habe ich jetzt liegen gelassen? Meine Impulsgranaten, ne? Moinsen. Kennst du mich schon? Junge, der Arme wird komplett zerstört. Geil. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich kann jetzt den Leuten Angst machen. Er läuft auch rum. Ich bin fliege Bart. Ich bin fliege Bart. Ah. Oh. Willst du das? Denk dem Kollegen an. Äh. Bulla, ich wurde hier abgeworfen. Okay. Die Sonne geht nach da hinten. Okay. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Huch auf Skybys zu bauen. Wir haben Besen. Wir haben Bären. Aber alles, um die Runde zu gewinnen. Wir müssen warten. Weg. Ja, besser ist. Und los geht's. Und los geht's. Und los geht's. Und erst 1 AP. Und dann gehen wir hinterher. Und raus in die Lobby. Und jetzt kommen wir weiter. Warte mal, gehen wir auf die kurz mal. Ei. Wahnsinn. Und dann raus mit dir. Ich kann auf jeden Fall nicht an Falschern sterben. Das ist super. Das ist perfekt sogar. Oh mein Gott, schaut euch an, wie sich die unten drunter einfach streiten. Ja. Schaut euch an. Herr Pickaxe winkt. Bleib unten da. Nein. Das war's mit meinen Dashern. Oh mein Gott, Sonne geht komplett farüber. Warte mal, ich hab meinen Däscher verloren. Und ein Besen, News. Das war ja voll Minusgeschäft gerade. Oh mein Gott, wir haben uns fast gegenseitig gekillt. Oh mein Gott. Okay, ich bin ein bisschen low. Lass mal weg hier. Wir sind sogar die einzigen, die auf Skybase sind. Die Leute können sich jetzt unten die Köpfe einschlagen. Nein. Da drüben ist noch einer. Ich hab gelogen. Oh mein Gott. Okay, es wird ja gleich ein Skybase-Battle geben. Nein, Impulse-Nedded. Oh mein Gott. Ich hab Angst. Ah. Bau lieber. Ja, bau. Aua. Entschuldigen Sie. Mitten Sie aufhören, mein Auto die ganze Zeit zu umfahren. Ich bin der einzige auf Skybase. Ich bin der einzige auf Skybase. Ihr sagt's euch doch. Ich bin der einzige auf dem Skybase. Ja. Ja. Da machen noch mehr Leute Skybase. Save, irgendeiner auf Skybase gewinnt. Moin, Meister. So ausgenutzt, das ist crazy. Und jetzt nutze ich euch auch noch aus. Deswegen benutzt gerne Creator Gojohns im Itemshop. Würde mich unglaublich doll freuen und natürlich auch supporten. Aber ich glaub auch der Akzent, der werde ich das nicht so viel machen. Ist Magikin hier? Stress machen. Schau dich an. 26 Leute noch leben. Ich weiß auch gar nicht, ob Karte und Magikin noch leben. Ja, ja, ja. Komm hoch zu mir. Komm hoch zu mir. Bau hoch zu mir. Bau hoch. Komm hoch. Ich hab keine Bets mehr. Ich werd dich auch diesmal nicht geblieben. Real Talk. Ich werd dich nicht geblieben. Ich hab keine Bets mehr. Wir machen das gemeinsam. Okay, mein Bester? Real Talk. Wir machen. Leg noch mehr, Meck. Jetzt da liegt alles. Da liegt auch ein Fist noch. Ich brauch das alles. Mann. Mann. Nein, Dicke. Ich komm nicht raus. Mann. Gis. Steigt mal ein hier ins Auto, Jungs. Steigt mal ein. Ja, trau dich doch mal. 31er. Bist du lieb? Oh mein Gott. Ich wurde im Hinterhalt gelockt. Und wir fahren und wir cruisen, 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 cruisen. Komm, ich splash dich sogar. Ich bin an Untertanen. Ja, du bist lieb. Ach, Mann. Ach, Mann. Als ob ich da daum gehe. Ja, und die Team. John, sie teamt wieder auf Sky Base. Also, John, sie kann nie gewinnen ohne Sky Base. Wirklich. Und ohne Teamen. Der muss immer unfair spielen. Sorry, 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 sorry. Sorry, 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 sorry. Nein, nein, nein. Es war aus Versehen, es war aus Versehen, es war aus Versehen, es war aus Versehen. Es war aus Versehen, es war aus Versehen, es war aus Versehen, Bruder. Es tut mir leid, okay? Es wird nicht mehr vorkommen, komm mit. Es wird nicht mehr vorkommen, okay? Es tut mir leid, es tut mir leid. Kannst du fahren, kannst du schnell bauen? Wir müssen weiter, wir müssen weiter. Hast du keine Metz mehr? Dann hast du keinen Nutzen mehr für mich. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich gewinne das. Ich gewinne das. Es ist Halloween. Es ist spooky. Es ist scary, Chat. Ihr werdet hier nicht einfach durchgecarry, Chat. Oh mein Gott, das mache ich. Ich impuls runter. Hätte ich? Hat es was gebracht? Ich habe niemanden fliegen gesehen. Oh mein Gott, Top 7. Ich muss safe länger leben als Magic und... Magic und Karte, oder? Die sind auch safe schon tot. Okay. Die Zone wird jetzt klein. Wir haben noch mal eine runter hier. Oh. Ich habe einen Weg im Puls. Okay, das war's. Ich gehe runter. Ich gehe runter. mit Kettensäge. Ich komme. Ich werde euch holen. Ich werde euch slice and dice. Slice and dice. Slice and dice. Slice and dice. Blah. 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 What? Oh mein Gott. Ich habe nur gesehen, wie ich... Eine Säge in meinem Gesicht spawnt. Warte mal, wo ist Magic in eigentlich gewesen? Ich weiß nicht. Gleiche Situation, gleicher Typ, nur eine Minute früher. Scheisse weiter. Tschööööööööre.